Das ist Edgar. Edgar geht jetzt einkaufen. Nun hat er seinen Einkaufswagen voll. Aber Edgar will jetzt mit dem Bus fahren. Zeit für eine neue Rubrik. Ich versuche jetzt kuriose Fragen mal zu beantworten. Stopp. Edgar möchte gerne mit einem vollen Einkaufswagen in den Bus einsteigen. Darf der das? Geht das überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt? Nein. Erstmal A ist es Diebstahl. Auch wenn ihr euch da ein Euro-Stück reinknallt, ist das ja noch lange nicht euer Eigentum. Nein, es gehört ja immer noch all die Lidl-Kaufland-Wagen. Ihr habt das ja nur leibweise. Aber ihr dürft natürlich nicht mit einem vollen Einkaufswagen in einen Linienbus. Warum dürft ihr das nicht? Ja, liegt daran, dass der Einkaufswagen einfach keine Bremsen hat. Ähm, zumal alles klingt. Wenn ihr den Einkaufswagen nicht brennt, das ist sicher, ist wieder was anderes. Aber der Einkaufswagen hat tatsächlich keine Bremsen und kann so zu der Gefahr von Mitreisenden werden. Deswegen nein. Abgesehen von dem Diebstahl darf ein Einkaufswagen natürlich nicht mit dem Linienbus.